so und damit herzlich willkommen zurück zu gta5 im scene player was haben wir denn für missionen wir haben was für franklin wir haben was für trevor und trevor den guten jungen den besuche ich doch gerne mal mein lieblingscharakter muss ich auch sagen sowas machten der alter hohen gegen hier mal wieder total besoffen ja ist das gebäude hier noch nie aufgefallen ein bisschen besoffen ist ja ganz ein bisschen ab geht's ach so ja früher konnte man das aktivieren in der luft beziehungsweise war es weiterhin aktiviert man hat überlebt jetzt nicht mehr so schlimm und frau er konnte gerettet werden na super wir sollen immer besoffen der alte audien das ist noch ein sehen wo haben wir denn die mission bei franklin die wir auch von franklin aus gewesen ach komm da geh ich direkt vorbei tvs ist interessant das wir vermissen nicht wir vermissen nicht wirklich hört zu wir haben überall komische leute rumgeschnüffelt hör auf so ein weicherheit zu sein verdient kohle für uns und wenn jemand dem laden zu nahe kommt mach was ich dir gezeigt habe eispickel an den knüppelkopf und das gehirn mit dem strohhammer ausschlupfen what the fuck geil gib mir dein gauto ich brauche es was antwort h.i.t. ich bin spread aus dem knast nein das muss ein doppelgänger oder so sein er ist tot ich habe bilder von seiner beerdigung gesehen ich weiß dass er tot ist warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich breit jetzt ist nicht der richtige zeitpunkt für einen besuch t ok nö ich komme nicht zurück wo sind wir denn ich werde übrigens versuchen jetzt in zukunft damit 60 fps hochzuladen für fifa wird es noch eine weile dauern da habe ich einfach ganz viel vor aufgenommen in gta nehme ich die folgen jeweils immer oder relativ zum vorherigen tag hinauf und da passt es dann packen wir die schöne kalle mal hier bei franklin ah hallo 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 missy wow franklin you never told me that you had a sister hallo ich bin Denise franzin und meine Mutter meine Mutter schluss 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 hier darmann wieso nicht du gimme dir selbst etwas leckeres ok thank you ha 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 es ist 7$ ja ich bin es bin gibt es zu resten zu des klaren marken mit mannig an wenn es sehr oft da mit kräftet ein tag das kultus am besten aborten beinahe bach im bürger zu gehen werden wir haben schon das könnte geil werden was ist das könnte das mit garantiert geil Ich fahre mal wieder. Türen schließen, bitte. Oh, Ghost Street. Alte Heimat. Türen schließen, n***a, für reale. Nicht so richtig in dieser Stadt, n***a. Besonders, was du mit Stress konzentriertest. Und das ist eine Investition. Du musst spekulieren, um zu accumulieren. Boom! Erstes Ruhm des Geschäfts. Hey, seit wir hier bangen, hast du ein bisschen Schmuck? Homie, ich bin hier. Hey, guck, jeder wäre cool, Mann. Amor, ich bin über seine Sache, okay? Okay. Wer gibt dich zum Haus? Ich bin dabei. Hey, be on point. This fool janky. Courier service. Packers to collect. You got the grip? President accounted for. You like that, huh? Sample? Hm, now we talk here. Scheint gutes Zeug zu sein. Hahaha. My throat getting numb already. So we good, n***a, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leave it. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boys said, you're leaving. Hey, give me that, give me that back. Oh, jetzt wird's unangenehm. Verpiss dich. Der blöden Wichser. Oh, Gang Wars. Da stehe ich doch drauf. Ich bin hier, da lädt ich schon mal ganz erst hier. Da haben wir kaum den Hammer. Sehr schön. Habe ich. Erledigt. Scheiße. Geht doch, endlich. Ciao. Bis durch. Ich muss in die Waffe wechseln. Komm schon. Habe ich. Na, Land. Der kann wohl nicht gescheit fahren. Auch wieder einen und nochmal einen. Oh, da kommen wieder welche da oben nochmal einen. Zack. Ciao. Oh, oh. Holen. Den letzten erledige ich noch. Okay, wo geht's hin? 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 Oh, hier. Hier, wir cut the left. Come on. Ich bin doch durchgekommen. Okay, ab geht's. Hohler, holer. Hände hoch, Jungs. Und Mädels. Oh. Dann fährst du halt mit. Ich sollte eher mit Franklin fahren. Na gut, die Technik, die hat er nicht hier. Komm schon. Die haben wir weg. Los, doch. Ja, sehr gut. Ah, shit. Boah, könnt ihr nicht ein bisschen anders fahren? Kann auch einen extra langen Weg nehmen. Nur ist es halt nicht so intelligent. Was? Scheiße. Das wird mich die Mission. Die werde ich nochmal beim letzten Checkpoint weiter machen müssen. Alter, komm, hör auf. Boah, ist das lächerlich gewesen. Na, ich nehm doch den hier. Ich will eine Mitfahr. Gelegenheit. Na, sie haben sich ein neues Auto zugelebt. Ah, diesmal fällt sie rum. Doch, schade, schade, schade. Kann man nicht machen. Komm schon. Na, ist egal. Boah, ich würde so gerne abknallen, Frank, äh, Lamar. Können nicht fahren, können doch eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, dass ich den Weg entlang gehen würde. Oh, jetzt warte ich hier ein bisschen. Boah, fahren die langsam, ey. Ein bisschen Tempo hier, bitte. Hopp, hopp, hopp. Oh. Wo ist eigentlich Franklin hin? Komm, komm. Ja, da kann ich auch. So, auf geht's. Glaube ich nicht. Also, für euch schon. Für mich eher weniger. Pump extra Schrohf hinter. Und dann Special Modus. Und dann würde ich sagen, ciao. Tut mir echt leid, Jungs. Ja, was soll ich machen? Scheiße. Warte mal. Und ciao. Vielleicht auch ein Fahrzeug aufheben soll. Ja, doch, eins ist noch da. Ist das nicht wonderful? So, einsteigen. Jungs, es sollte fein. Ja, mehr haben wir eh nicht da. Du sollst nicht schießen, sonst sind wir noch mehr Sterne. Wobei, nee, ich habe schon so viel abgeknehmt, ich habe schon vier Sterne. Ansonsten, merke ich mir nicht. So, ja, mir eh keine Chance davon, ich zwar einer, aber hier kann ich nicht hin kommen. Ciao, ciao. Haftpumpen. Du nervst. Hohohohohoho. I'm so sorry. Mein Fehler. Hohohohohohohohoho. Und ciao. Ich erkenne, warum alles so, was im Weg ist. Ich muss nicht unbedingt umkommen. Scheiße. Mit haben bleibe ich noch drauf. Nee, 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 ich bleibe doch nicht drauf. Ich habe mich umentschieden. Tschüss. Ich gehe mal hier runter. Signal ausmachen. Und dann hier runter. Dann klapp halten. Oh, ja. Hier rein. Psst, hat doch die Klappe. Und dann am besten so aussichten, dass ich auch wieder rauskomme, sofern sie mich sehen. Wenn ich vielleicht abgemeuchelt werde. Soll ich eine werfen? Ja, ich werde da noch ein hin. Und da. Okay, deswegen haben sie mich gesehen. War eine super Idee. Er hatte schon besser Pläne. Das hat mich genervt. Scheiße, vier Sterne. Okay, wir kriegen doch mehr. Ich sehe das nicht zu einem guten Ende kommen. So, können wir wieder anschalten. Das war dämlich. Mit vier Sternen hier entkommen wird schwer. Und das ist das Auto schnell. Auch schnell genug ist. Das wird sich noch zeigen. Das ist halt überall Bullen jetzt. Ciao. Fünf Sterne kriegt man fürs Erste nicht. Von daher kann ich da auch schön nochmal inhauen. So, ich glaube hier links sieht es ganz gut aus. Hey, jetzt chill dich. Aussteigen. Und dann rein hier. In den kleinen Wagen hier. Alter, wie lange... Also, komm, sorry, aber wie lange hat der gebraucht? Die werden mich gleich sehen. Die haben mich gesehen. Ich hatte eigentlich den Plan, hier reinzufahren jetzt. Aber der kann nicht da drüber springen. Dadurch hat sich der gesamte Plan natürlich ein bisschen Luft aufgelöst. Oh, scheiße. Das wird jetzt unangenehm. Verfolgungsjagd im Parkhaus. Oh, scheiße. Die fahren hier alle rein. Weil die sind eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Dann sind sie alle hier drin. Nach verschiedenen Parkdecks. Das wird dann mal schnell vom Spiel so berechnet, dass das so viele Polizisten schon da sind. So und so viele. Und ich verpisse mich dann. Und jetzt ist das mein momentaner Plan. Ob es klappt, weiß ich noch nicht. Momentan sehen sie mich noch nicht mal. Sie werden mich gleich wieder sehen. Und tschau. Oh, oh. Monsterstein fehlgeschlagen. Egal. Darauf kommt es nicht herzend. Dass es natürlich auch geht. Warte, wie lang es geht. Bitte auf. Macht die scheiße Tür auf. Ah, schon wieder haben sie mich. Zumindest der Heli halt. Mann, das scheiße, aber auch. Demnächst, der Verfolgungsjagd seit langem Alter. Der Heli sieht uns halt noch. Da ist das große Problem hier. Ich muss dringend umdrehen. Und dann links rein hier. Und mir da eine Nebenstraße suchen. Oh, scheiße, der Heli kommt schon wieder. Oh, alter. Weck mich doch immer. Oh, Arsch. Das ist echt eine total easy Mission. Ich dehne sie gerne. Die ist hier perfekt im Ghetto, sich zu verstecken. Ne, eigentlich. Vor allem, da ich diesen Dreckslamar dabei habe. Oh, ihr fahrt alles so komisch. Dämlich. Ich bräuchte ein Polizeifahrzeug. Aber nicht, dass wir mit dem Weg nicht garantieren. Ich stelle mir wahrscheinlich nochmal vor der Flinte ab. Okay, da kommt mir einer entgegen. Rechts rum. Und wenn du schießt, dann heißt das ganz einfach, dass wir uns besser verfolgen können. Die ähnliche Affe. Hör aufzuschießen. Verdammte Scheiße, hör endlich aufzuschießen. Ich hätte mir nicht den Smartphone aussuchen sollen. Okay, wir schnappen uns ein anderes Auto. Tut mir leid, Jungs. Wir sind einfach zur falschen Zeit am falschen Auto. Oder bis sie gesagt, ihr habt mich verfolgen, weil ihr mich unbedingt... Ein blöden Arschlöcher. Der hat dich hier zugemacht. Das ist die Chance, dass ich mich treffen. Oder dass sie ihn treffen. Ciao, ciao. Ah, damit wir endlich wieder fahren. Okay. Ausmachen. Jetzt hier rechts rein. Hier rein, ja oder nein, ist die Frage. Hier rein. Komm, stell da aus. Gas. Scheiß Heli, der kommt schon wieder. So, hier drunter verstecken. Ach, der kann mich doch nicht sehen da. Boah, Alter, ey. Das wird die längste Funksjagzeb-Ewigkeiten. Oh, scheiße. Steig ein. Der Lama ist so ein... Ohne den wäre es tausendmal einfacher. Ich hätte ihn in dem Parkdeck, hatte sie abgehängt damals. Für ihn. Scheiße, Alter. Ich kriege die einfach nicht los durch den Drex-Heli. Mir fällt nichts wirklich ein. Egal, wo ich mich verstecke, die finden mich. Da verteidigt das ist der Scheiß-Heli. Ah, ich weiß, wo ich reinfahren muss. Oh nein, das ist nur eine Unterführung, oder? Ne, ist es nicht. Da kann ich rein. Guck, guck. Tut mir leid. Sorry, Jungs. Ach, Bombe. Ich habe eine hier und hier. Und eine hebe ich mir auf. Für Notfälle. So, hier unten kann kein Polenfahrzeug sein. Absolut unmöglich. So, wir warten. Ich glaube, ich habe es jetzt dieses Mal. Das war echt, also... Was zu viel ist, ist zu... Oh, oh. Kommt in Zug. Bitte sagen nicht, dass in Zug kommt. Ich ja was. Ich ja was. Das sind Bulle da vorne. Komm, verarschen mich doch. Das ist... Na. Du sollst nicht schießen. Du sollst nicht schießen. Du sollst nicht schießen. Du sollst nicht schießen. Okay, wir verstecken uns hier. Alter. So heftig war es bisher noch nicht. Ich höre doch aus. Oh, es sind so viele Bullen. Ich will die nicht mehr sehen. Oh, shit. Bitte Zug. Halt an. Halt an, halt an, halt an, halt an, halt an. Dankeschön. In echt würde der mich jetzt sowas von melden. Tut er hier zum Glück nicht. Alter, wie lange dauert das? Ich glaube, ich glaube, hier im Singleplayer-Verfunktion dann nicht mehr, auch wenn jetzt eine Bullen kommt. Was ist das? Warum nicht so, wie, wie, die Bolle sind, wie, die Bolle sind, wie, die Bolle sind, wie, die Bolle sind? Ja, das ist ein altes. Oh, shit. Man, ich weiß nicht mehr, das ist das. Oh, ja? So, wie du wissen, was jemand jemand ist auf? Ja, gerne. Die Mission wurde in dem Teil schwierig, in dem es nicht schwierig hätte sein werden dürfen, eigentlich. Oh, je. Ja, möchte ich. 67 Prozent. So, genau, ich werde nicht so Missionszeit. Ja, ein bisschen irre dauert. Kleintick. Alter. Fuck it off. Das war heftig. Also denn, bis zur nächsten Folge, bis dann, ciao. Ah, hallo. Ich sage, left, du sage, right. Ich sage, become a doctor. Du sage, become a patient. Ich sage, who ist das? Hallo, Missy. Wow. Franklin. Sie haben nie gesagt, dass du eine Frau hast. Ich bin Denise, Franklin's Hausmacht. Und ich meine Mutter. all diese alten, dreht-up-ass-sitzel. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, Darman. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Oh, ha, ha, ha. It's, it's seven dollars. Für ein Besuch, Tee. Okay. Nö, ich komme nicht zurück. Was immer denn? Ich werde übrigens versuchen, jetzt in Zukunft da mit 60 FPS hochzuladen. Für FIFA wird es noch eine Weile dauern, da habe ich einfach ganz viel voraufgenommen. in GTA, nehme ich die Folgen jeweils immer, oder relativ, zum vorherigen Tag hinauf. Na, da passt's. Dann packen wir die schöne Karre mal hier, bei Franklin. Ein bisschen besoffen ist er, ein ganzes bisschen. Ab geht's. Ach so, ja, früher konnte man das noch aktivieren in der Luft, beziehungsweise war es weiterhin aktiviert. Man hat überlebt. Jetzt nicht mehr. Ja, komm, nein. Es ist so schlimm um Trauer. Ah, konnte gedetet werden. Na. Super. Wir sollen immer besoffen, der alte Audien. Jetzt ist es mal kurz sehen, wo haben wir denn die Missionen? Bei Franklin, die wäre auch von Franklin aus gewesen. Ach, komm, da gehe ich direkt vorbei. Tee, wie ist es in der Santos? Wir vermissen dich, wir vermissen dich wirklich. Hör zu, wir haben überall komische Leute herumgeschnüffelt. Hör auf, so ein Weicherheit zu sein. Verdien, verdient Kohle für uns und wenn jemand dem Laden zu nahe kommt, mach, was ich dir gezeigt habe. Eispickel an den Hünderbegriff und das Gehirn mit einem Strohhammer rausschlaufen. WTF? Geil. Gebe dein Auto. Ich brauche alles. Was? Antwort. HIT. Ich bin Spread. Aus dem Knast. Nein, das muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich? Right. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. So, und damit herzlich willkommen zurück zu BDA5 im Sceneplayer. Was haben wir denn für Missionen? Wir haben was für Franklin, wir haben was für Trevor. Und Trevor, den guten Jungen, den besuche ich doch gerne mal. Mein Lieblingscharakter, muss ich auch sagen. So, was macht denn der alte Hordegen hier? Naja. Mein Lieblingscharakter ist offen. Ja. Ist das Gebäude hier noch nie aufgefallen.